So meine lieben Handballfans, wir sind hier heute wieder zu Gast in der Sporthalle an der Reiferbahn hier in Schwerin, genannt die Hölle. Wir sind heute bei der Regionalliga bei den Handball-Damen und da haben wir heute zu Gast den TSV Ellerbeck, der rangiert zurzeit auf Tabellenplatz 13 und hier zu Hause ist natürlich die Mannschaft SV Grün-Weiß Schwerin und mit einem Sieg könnte heute sogar Tabellenplatz 10 winken und ich sag mal ganz kurz, das letzte Auswärtsspiel endete wieder einem Desaster, also müssen zu Hause die Punkte gemacht werden und vielleicht klappt es ja dann irgendwann auch mal auswärts. Gleich geht das Spiel los und wir melden uns dann wieder kurz nach dem Spiel. Bis gleich hier aus der Sporthalle an der Reiferbahn. Applaus 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 So, jetzt stelle ich Ihnen wieder auf beiden Seiten die Klingel, ich stelle vor. Bei uns ist der Klingel, die Trägerin, Maria Hetzel und Matja Bündner. Und auf der anderen Seite die Klingel, die Trägerin, die Trägerin, die Trägerin, die Trägerin und die Trägerin, die Trägerin und die Trägerin. Und dann kann ich mich natürlich auch sehr praktisch vorstellen, Wolfgang, die Trägerin, die Trägerin, die Trägerin, die Trägerin und die Trägerin. Und wenn man so schießt, ist auch auf die Stelle, wie nach vorne, dann gibt es da los. Ich bin jetzt auf die Klingel, die Trägerin und die Trägerin und die Trägerin. So, bevor wir die Vorderung anbieten, können wir die Vorderung anbieten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank für Ihre Unterstützung, vielen Dank. Und bevor wir zuerst ankommen, kommen wir hier zu Hause. Allerdings sagen wir nochmal Hallo und ein tolles Applaus für seinen Teams. Und natürlich, Sie sind viel Dank. Vielen 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 Dank.